Willkommen zum allerersten Einspiel unserer SSL-Trainings-Bunden in dieser Podcast-Saison gegen Blau-Weiß-Stelefeld. Und dafür begrüßen wir zuerst unsere Gäste aus Stelefeld. Nichts? Wir wollen es nicht übertreiben, ja? Ruhig. 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 Und hier sind sie, unsere SSL-Höge! Applaus 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 Und auf dem Weg, bitte doch mal sehen, Levin Leise. Und unsere Nummer 92, Anton Luca. Center mit der Sieben, Florian Weisbierchen. Letztur, bitte doch, Karján Stein. Und unsere Nummer 76, Emil Caio. Heute mal in Deutschland ein Onsieverleih, unser reichster Welt von Liebe und Reich. Wir sind nicht ein Reich, aber es reicht, in Gara und Reich, in Semmelreich. Onsieverleih, 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 Onsieverleih. Onsieverleih! Onsieverleih! Onsieverleih, Onsieverleih, Onsieverleih! 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 Vielen Dank. 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 ... 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